So, jetzt mal zur Linie der Hubschrauber. Heiko und Bernd Fischer, sogenannte Heli-Fischer aus Heidelberg. Sie fliegen uns vor, 2,5 Meter, Spatt, der Dörfmesser 2,20 Meter, Länge 22, Abfluggewicht 22,4 Kilogramm. Das handelt sich um einen kompletten Eigenbau. Zum Glück stehen wir ein bisschen auseinander. Das ist das Musik ausgewählt. Angetrieben werden die Heli-Fischer von Gronin-Typiro 844-Bettflug und einer Kopfgeschrei, zum Glück. Zum Glück. Jetzt haben wir die Heli-Fischer von Gronin-Typiro 844-Bettflug. Und ein Fischer-Fischer-Fischer-Fischer-Fischer-Fischer-Fischer-Fischer-Fischer-Fischer-Fischer-Fischer-Fischer. Norddeutscher Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Norddeutscher Rundfunk Norddeutsch 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 Dann haben wir es noch mal wieder an, dann sind wir noch mal wieder an. Ja, Heiko Bernd Fischer, die Fischers, mit ihrem Wunderschön. Vielen Dank für diese Wunderschön. Darf ich mir doch, weil ich hab den Kegel schon mal sehr, aber noch im Hintergrund.